Herzlich Willkommen zu einer neuen, ne ich wusste ich gerade sagen eine neue Folge, ne ein neues Let's Play, It Takes Two von EA, das ist praktisch Battlefield of Wish, und ja, wir spielen jetzt einfach los. Hast du eigentlich deine Optikarten, geht das bei dir oblos? Natürlich. Krass. Wieder einmal. Der hieß das Auto Karl. Wie war dein Tag? Carlos. Estate. Was ist das? Wie würde es gehen, den Däntis? Das ist einfach das Fake-Taxi. Ja, ich habe nicht vergessen, dass du über die Däntis-Tagse gehst. Nein, ich habe nicht vergessen, ich dachte, du hattest dich hier morgen. Nein, es war heute. Ich arbeite morgen. Aber es ist Saturday. Ich weiß, ich muss über Zeit arbeiten. Du musst das jede Woche machen? Oh, Cody, ich bin nicht in der Mood für diese Diskussion wieder. Hey, hey, Rose needs both of us, okay? Das ist nicht fair. Using her. Ich bin nicht using her. Ich bin nur Stating a Fact. Why don't we just go ahead and tell her that we're divorcing? Oh, just like that? Yeah. May, this isn't any easier for me. Let's not tell her. Let's stay friends instead. Yes. Let's stay friends forever. I love you, Cody. I love you too, May. Mir kommt zuvor, als hätten wir das schon mal gesehen. Als hätten wir schon mal vorhin versucht, doszuspielen. Steh ich mir. Hä, wie machen? Hä? Ach so. The fuck. Crazy. Komische Technik hier. Vor allem spiele ich gerade mit Tastatur. Besser ist das auch. Da brennen noch R. Alter. Alter. Der wird mich direkt entfolgen auf deinem Twitch-Kanal. Und auf YouTube. Und dich dann melden. Leute, für alle, die rennen auf R wollen, folgt mir. Hey, honey. Kann ich nur zu schauen? Tatsächlich. Tatsächlich. Rose, honey, you know we love you, right? Yeah. Sometimes that means that we have to do stuff that isn't always very fun. What we're trying to say, darling, is that... Well, mom and dad, we've decided to go our separate ways. Okay. Can I go and play in my room? Uh, yeah, yeah, of course. Sorry. Luke, das geht mir. Hoffentlich. Oh, ich glaube, so viel Spielzeug hatte ich nie. Jetzt fällt dir vom Stuhl ein richtiges Genie. Das Spiel zu Ende. Credit. Alter. Soll ich erstmal wegrennen? Sagt so, okay, kann ich hoch in mein Zimmer? Rennt weg. Ah, secret place. In safe house. Dr. Hakim, you have to help me now. They have to stay together. Look. It says here, love is work, see? You have to work on it. You can't just give up. Mom, dad. I wish you could be friends again. It says here, love is work. Moodle-Prom? Ja. Ja. Das bist einfach du. Genau. Ich jeden früh, wenn ich auffaue. Das bin ich jeden früh. The fuck? Ah! Cody! Why do you look like a blob of clay? Why do you look like a wooden doll? Look. Oh no, look at that. What have you done? What? Why do you always blame me? Yes. Why do you always blame me? Thank you. What is that? I'm Dr. Haki. I'm Dr. Haki. Your daughter purchased me. She was lucky. I was the last copy because I was selling the bears. I've kept millions of couples and now I will help you two to get together again. Echt? Das ist Daniel. Du, Hendrik. Das ist der Anfang von Outlast. Ich hab hier. Exactly. Okay. Mr. Book. So, how do you wake up? Cody. May. You're here to fix your relationship. We just fixed it. Yeah, yeah. We're divorcing. It's all good. No. I will help you fix your relationship. Chapter one. Fix your relationship. Plus, I promised your daughter to fix your marriage. See, love is like a mountain. Oh, look. May, May, it's Rose. Come on, let's get to her. She must know what's going on. Butterflies floating in the mountains like lovebirds. You know what I'm saying? Hello? Hello? Oh shit. How do we get up to her? Oh, the stairs over there. But we can't reach them. We're tiny. Well, let's find a way. Hendrik? Was ist das denn? Muss er aufs Klo? Hendrik, wie kann ich dir weh tun? Lol, ey, guck mal. Ey. Das ist mein Topf, der Klo. Was? Also. Why do you pausieren this game? Hä? Ist das bei dir auch passiert? Ja, ja. Oh, ich würd gucken, ob ich näher heranzoomen kann. Kannste ja gucken kurz. Ready X YouTube. Hey, was geht's? Hello, hello. Herzlich willkommen. Hm. Was wolltest du? Ja, ranzoomen. Okay. Weißt du, was ich besser fände? Ich kann das nicht. Weißt du, was ich jetzt mal mache? Ich decke mal deine Seite ab, weil das verwirrt mich irgendwie. Ja, das sind wir ja das nächste, Alter. Warte, ich mach hier einfach, lol. Ich hab hier exakt so, wie so ne Decke, die genau so diese Seite abdeckt. Perfekt. Für mich. Also ihr seht natürlich beides, Leute, aber für mich. Der meinte, man kann das so irgendwie einstellen, dass man nur ein Bild sieht? Weiß ich nicht. Warte, ich guck mal kurz. Options. Spiel. Eher nicht. Nee. Ich glaube nicht. Ich hänge einfach hier was davor. Kannst du irgendwas davor hängen? Ja, ja. Was häng ich denn mal davor? Ah ja. Ein Mitarbeiter-Zeit-Konto. Haha. Gut. Lol. Alter. Bring ich mal hier drauf. Ah, Timmy, du bist. Stimmt. Timmy, ja. Ja. Gut, dass du es sagst. Das hätte ich mir jetzt leider nicht gemerkt. Timmy, was geht? Schön, dass du mal wieder hier bist. Na gut. Was heißt, mal wieder hier bist? Ich streame ja irgendwie auch kaum. Ich bin so gut wie... Neu. Aber nicht, dass du das jetzt an Dauern tust, ne? Ja, was passiert, wenn man hier runterfällt? Toll. Ich bin tot. Jetzt lebe ich wieder. Guck mal, Hendrik, spring... spring mal hier drauf. Was soll ich? Also... Ja, kapier ich nicht. Achso, ne? Das ist ja mit Abkleben scheiße. Das stimmt. Hä. Oh, Alter. Oh, ich kann meins immer einfach hoch und runter nehmen. Das geht schon. Ja, das... Wer kennt's nicht? Ich hab mit dem Haus, die nur runtergehen, wo man den Generator anstellt. Natürlich. Jawoll. Leben die? Ey, wieso bewegen die sich? Hör'n' Ahnung. Ey, endlich komm mal kurz her. Komm mal kurz her. Spring mal hier drauf. Es gibt hier viele so kleine, lustige Sachen. Hä, kannst du dir ja verraten, was die bitte für einen Abgrund in ihrer... Wir sind ja hier praktisch in einem kleinen Geräteschuppen, ne? Kannst du dir bitte sagen, worum es da Kilometer weit nach unten geht? Ja, warte, kann man machen, was ich denke? Ja, man kann. Was ist das? Äh? Wobei es auch interessant ist, was bei dir so los ist. Ich glaube, ich decke das doch mal ab. Manke, du bist schon irgendwie dran. Ey, ich glaube, ich muss das ja schon mal tun. Ey, ich seh dich da... Ja, gut, ne? Oh, ey, ich komm mal mit zu dir. Ja, ich hab's geschafft. I don't like the sound of that. Me neither. Scheiße, wie bist du hier hochgekommen? Hä? Oh Gott. Hä? Ich will mich dann rumnubbeln. Lass mich. Äh, äh. Ah! Die säge, als ob die nie runterfällt. Oh Gott, das Ding. Hey, du kleines... What the fuck? Was genau ist das ja eigentlich? Äh, lies mal, was da drauf steht. Gut, oder? Da sollte man rein. Oh. Cody, watch your head! I am! I am! Ouch! Back! Hey. Oh! 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 Wo bist du? Ich muss schon wieder hin. Nein, ich. Vielleicht müssen wir jetzt springen. Ah doch, warte, wir müssen... Ah, endlich, wir müssen das machen. Aber wir müssen, glaube ich, geistern nicht. Okay, drei, zwei, eins, springen! Oh, das ist ne Sägemaschine. Ja, ne? Äh, und jetzt? Oh, wir sind, glaube ich, hier durch, oder? Ah! Kann man sich daran festhalten? Ah! Oh! Ja, natürlich. Ha! Komm, drüben. Ja, komm ich, ne? Ah! Ich bin in das Sägeblatt gelaufen. Lauf mal da rein. Warum? Das ist ne brutale Morde hier. Lauf mal in das Sägeblatt. Ja. Oh Gott. Oh. Äh. Äh. Hä? Warte, vielleicht gibt's hier irgendwie... Was ist das mit dem Sägeblatt zu tun? Ne, da steht ein Doppel. Warte, man kann doch rennen. Hier rennt man. Ja, aber... Warte, man muss springen und dann... Wissen drücken. Ah, hab's geschafft. Neu. 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 Bei allem kannst du bitte mal sagen, was die für'n Schuppen haben? Neu. 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 Dieses Scheiß-Ding, ne. Ey, guck mal, Alter, ist das denn gefährlich? Neu. Wenn das gefährlich ist. Was? Neu. 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 Na, neu. 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 Was? Hä? Ich hab eh geprüft. Warte, ja, ich muss aus die Tasse raus, Alter. Ich hab's! Wow! Hey, Mei! Hast du meine Flip gesehen? Lass uns das wieder machen. Oh, wir sind nicht hier, um Flips zu machen. Oh nein, du bist richtig! Das ist wirklich ernst. Wir fangen Fusen mit Legen. Okay, das ist der letzte. Lass uns das rein! Hat mich vorhin schon angeguckt, einer. Er lebt einfach ein Öltier drin. Oh, perfekt! Let's go! Fack, was haben die für komische Fälle? Was ist... was ist passiert? Oh, diese verdammte Fusen! Mei, da ist sie. Rose! Rose, Lieber! Oh! Gott, nicht du wieder! Oh, weg weg, du dumme Buch! Ja, weg weg! Ich muss mit meiner Tochter sprechen. Deine Tochter? Oh! Du sprachst, wie du sie eignet. Fragen Sie sich. Kannst du wirklich eignet die Leute, die du liebst? Ja! Komm her! Highway! Deutscher würde jetzt sagen, ja, das ist mein Eigentum. Ja, 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 ja. Ich erzähle, das ist Cody. Du kennst, der Typ der sich auf alle kraften in der Karten. Oh, ha, nein, das ist, äh... Das ist du! Du hast... Du hast weggebracht mir mit all den Krab! Krab! Was, ich war nur frisch. Das ist das! Das ist... Ouh, tenemos! Das ist das! Oh, was inté nicht. Was ist das für ein Korrekt-Staubsauger? Was ist das für ein Staubsauger? Was ist das für ein Staubsauger? Willst du zurückkommen, Rose? Ja. Willst du mit deinem Daumen sprechen? Ja. Dann müssen wir das Vakuum zusammenlegen! Oh, komm! Warum machst du das mit uns? Weil du zwei musst lernen! Zusammenarbeit! Das ist nicht unser Grund. Aha! Du wisst, Zusammenarbeit ist die Grund für eine Zusammenarbeit zu. Zusammenarbeit! Du wirst du? Jetzt, bis zum nächsten Mal! Hasta la vista, guten Glück! Tschüss! 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 Wilen anunci rand. Aber wir haben das aber, wenn wir nach unheimischen queste Filme an Pues sehen, Üuhhhhh. Das ist nicht neulich. Das ist nicht neulich. Das ist nicht neulich. Das ist ne Katz. Baah. Alter. Das ist neulich. Perfekt. Alter Ameisen. Ach schade ich kann nicht mehr so machen. Wo mache ich meinen Stammangriff? Weiß ich nicht. Und die rennen weg, was anderes machen? Was ist das denn da rechts? What the fuck, Alter? Ist es irgendwie... Ist es komisch, dass ich da rein... Ist es komisch, dass ich da rein... Hä, was ist das hier los? Was ist das da, was da rauskommt? Hä? Dass man die Säure springt. Nein, warum haben die Säure unter ihrem Schuppen? Ich weiß nicht, ob das... Ah! 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 No, 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 no! Ah! Was? Ah! 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 Ich kann sein, dass ich das furcht. Oh! Das ist schon clever. Hey! Ja! Oh! Hey! Oh! Oh! Try not to drop me! Alles! Ey! Willst du auch mal? Warte! Hoody! Get inside! Äh! Äh! Wo ist der? Oh! Oh! ja gut so ähnlich jetzt hier rein du zuerst was haben die für einen komischen Schuppen, alter was haben die für einen komischen Schuppen, alter was ist das? was ist das? ist der nicht verlaufen, alter? ne so flitzt es auch so richtig wie die Trauer deswegen habe ich das auf R gelegt nice ja ach, jetzt schaue ich natürlich hier ganz hinten, alter das hier falsch rum ist was ist denn das, alter fuck jungen fuck jungen fuck jungen oh no hä? hä? ich glaube du musst wieder an gehen ich glaube du hast das ist alles das ist was ist das das ist Ah, nein! Oh! 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 Ah, nein! Fuck! Ich hab die falschen Tasten gedrückt, sorry. Der ist einfach furcht. Das Staubsauger, ungeheuer. Ich weiß, muss ich drücken. Oh my lord. Warum genau kann ich das nicht? Oh my lord. Das war echt Spaß. Wo zur Hölle bin ich? Das ist so ein Staubsauger, glaub ich, auch in meiner Garage. Dass man durchs ganze Haus durchzieht. Das ist nicht schlecht. Was ist denn hier? Warum halt ich das jetzt? In you go. Ich hab mich einfach pur abgemacht. Du kannst jetzt hier durchgehen. Hä? Hä? Ich bin in der Wache. Hä? Hä? Warte, mach mal zu. Mach mal zu, wenn ich hier hoch springe. Jetzt, warte. Jetzt. Hä? Weil eben hatte ich überlebt. Das Spiel ist ja unglaublich geil. 100 Arten mich zu töten, ne? Oh nein! Fuck! Alter, Alter. Hä? Was? Hä? Was? Hä? Komm mal jetzt. Was genau soll das? Warte, ich muss erstmal überlegen. Du bremst den Ventilator so, glaub ich. Das ist ja wohl richtig. Guck mal, wo ich hier drin bin. Hä? Dann bin die Lauter dann gehalten. Hä? Wie hab ich das jetzt gemacht? Ja, weil du das Ding da in Gegenrichtung reingehalten hast. Ach so, lol. Was ist das? Was hab ich jetzt gemacht? Hä? Ja, das erscheint mir sinnvoll. Nee, du machst das. Ja, ah! Warte, muss ich hin? Hä? Aber ich kann da nicht. Ich glaub, du musst schnell da hinrennen. Ach, da hinten muss ich hinrennen. Wir müssen abwechseln. Ah, warte. Ich muss hier hin. Nee, einer muss drücken. Nee, weil ich muss aber länger. Nee, du drückst und gehst dann ins Erste. Nee, ich kann nicht drücken, weil hier ist ja eine Lücke. Nee, drück. Und dann geh in die Lücke. Jetzt geh in die Lücke. Nee, das geht nicht schnell genug. Du musst da warten. Ja, aber ich kann hier schnell hin. Hast du? Und du musst dann zweit ran. Ich muss zum nächsten ran. Also. Ich komm jetzt hier fast weg, zum Beispiel. Ja, ja, los, jetzt. Komm immer ran. Ja, jetzt komm ich. Ja, jetzt musst du zum nächsten ran. Oh, Alter, das war... Alter, das war richtig knapp. What the fuck? Nochmal. Was funktioniert? Ich komm hier nicht so schnell weg, weil der hält dann... Ich steh dann unter Strom. Ja, ja, ich weiß. Oh. Komm. Komm, 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 komm. Yes. Okay. Totally worth some electrocution. Whoa. Ja, ich weiß. What the heuuck. Natürlich. Das ist einfach der Insektensimulator. Das ist echt so. Jetzt noch Ameisen, mit Ameisen skinnen, alter. Ich will auch mal hier hin. Das Spiel macht schon Spaß. Das ist doch gefährlich. Du musst es schützen. Die sind ja eher easy, oder? Ja, aber... Wichtig, Moment! Das ist ja schon easy. Ich weiß nicht, was du ja auch weißt. Warum? Wenn ich dich so wegkicken könnte. Geht's denn hier? Genau. Da ist doch ein riesen Keller voller Schläuche und Ventilatoren. Du musst bestimmt da drauf und dann fahr ich dich rüber. Oh, okay. Wurscht mal nicht. Äh? Ich rutsche aber von mir ab. Vielleicht. Ich rutsche nicht. Ich rutsche nicht. Ah, warte. Ich muss... Achso. Warte. Ja, jetzt hab ich verstanden. Ich müsste einfach nur dran. So, jetzt. Achso. Jetzt muss ich drehen. Hä? Hä? Oh, haben wir schon mal. Ja, das ist das nicht. Ich kann da nur... Ne, ich komm ja nur noch eine bestimmte Zeit dran und dann runter. Ah. So, und wie kommst du jetzt rüber? Das musst du schon irgendwie ausfinden. Was steht da dran? Coffee table part. So, okay. Okay, jetzt. Ja... Ich. Was ist das für ein Dresden zu machen? WTF? 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 Nein! Ach, ich kann hier schon wieder landen, das ist doch... Ach, Eishoch! Hallo! Grüß Gott! Was hast du getan? Ja? Ach, ich kann die, ich muss hier schnell genug umschalten, damit du nicht drauf gehst. Ich soll dir jetzt vertrauen. Ich kann auch springen. Okay, mach du das mal rein. Du musst es umstellen. Und dann, sobald ich in der Luft bin, wieder umschreiben. Okay. Ich weiß doch schon, was jetzt kommt. Ich muss jetzt vermahlen. Ich muss vorher springen anscheinend. Also... Wenn... Oh... Ja, das war mein schon. Ja... 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 Jetzt? Ja... Ja... Ett disability Ja... Und jetzt? Und jetzt? Ja... 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 Das Geräusch! Die fliegende Staubsauger wurden vor. Hä, sind das nicht so eine Bodenstaubsauger? Ja, eben. Zumindest ein Staubsauger-Paradise? Oh, nein! Die Geräusche, die immer. Diese Springen hier, das ist total crazy. Ey, das sieht so cool aus, ne? Diese ganzen, diese Elektroden-Plateau-Dinger hier, die sehen so geil aus, Alter. Die Grafik, fuck, das sieht so hammer aus. Hast du auch deine Grafik hochgepitcht? Na klar. Oh, warte mal. So wie ich das sehe, kann man hier sogar, warte kurz. Kann ich hier sogar noch... Kann ich die Grafik sogar noch komplett hier hochstellen, oder? Scheint keine Probleme zu geben hier. Ach, warte, ich habe es nie angewendet. Mein Fehler. Hast du eigentlich schon Neues gesagt, jetzt? Ne, das funktioniert bei mir immer noch rum. Ich habe noch nicht so richtig verstanden, was wir jetzt hier tun. Ach so! Wird vielleicht einfach weniger dumm sein. Hä? Was? Also mit Controller geht das besser? Ne, es kommt bloß nur mit der Richtung irgendwie durcheinander. Was? Ach so. Ach so. Ach so. Ach so, okay. Vor allem, was soll denn das darstellen hier? Einfach so irgendein Schrank? Das ist natürlich deine Garage einfach. Also, wer kennt's nicht? Sieht's bei dir auch so aus? Über die Staubsaugerrohren, dampfende Ventilatoren, soll ich sehen? Das ist 1 zu 1 meine Garage. Äh. 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 Wieder steuern. Äh. 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 Geil. Äh. Äh. Da oben sind Spinnen-Netzze, meinst du wir begegnen einer Spinnen? Da habe ich gar keinen Bock drauf. Äh. Äh. Äh, äh. 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 Das sieht doch irgendwie unanständig aus, wenn du mal genau hinguckst. Ah, natürlich! Im Kindesstil, ja. Wer weiß, wie das gemeint ist. Was? Hier braucht auch kurz was drinne. What the fuck? Was ist das hier? Oh, Alter, Patrick betet, dass wir keiner Spinne begegnen, okay? Ja, ich weiß, dass es nicht viel Spinnen gibt. Hä? Alter, guck mal. Da drin? Ja, ja, weiß ich ja. Habe ich auch schon gesehen. Was ist das? Oh, neu. Neu. What the fuck? Die hat nicht auslade, Alter. Loll. Alter, das Ding ist einfach ultra schlau da drin. Was ist das? Warte, was ist, wenn wir es beide machen? Warte. Lass mal beide Gleichzeitigkeit draufhauen. Eins, zwei, drei. Also, solche Staubsauger erkennt man ja. Alter, vergiss die es, Alter. Sie sind nicht am eskalieren. Vor allem war ich nicht die Stimme von dem Staubsauger, so geil, Alter. Das ist einfach der Staubsauger aus Tschernobyl. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Wow. Ich hole mir das erstmal an. Das war ein bisschen zu viel! Was zur Hölle ist das hier eigentlich? Ach wo bist du dort hin? Was? Was zum Fick ist denn das? Ich weiß nicht. Na guck mal hier rechts, dieses Drehgerät. Naja, was ist das? Woher habe ich das schon mal gesehen? Ja, ja ich auch. Das ist ein Windmesser oder? Ja, stimmt. Das schafft man gar nicht oder? Probier mal. Ich dachte du wolltest rüber springen. Du musst wahrscheinlich ganz oben springen und dann den Sprung machen. Ach so, den stimmt. Ja. Ganz oben den Sprung machen. Das habe ich schon vergessen. Oh ja. Und ja, hier nochmal weggesprungen. Und ja, hier nochmal weggesprungen. So und jetzt. Ist ja jetzt bestimmt die Kaffe, oder? Ah warte mal. Warte mal. Ah warte mal. Warte mal. So. Endlich. Oh. Ja. Genauso. Aber ich brauche doch trotzdem nicht das jetzt Ding. Oder? Doch. Alter. Ich bin ja geil. Ich bin ja geil. Ich bin ja geil. Ich bin ja geil. Ich bin ja geil, dass das Spiel so viel Spaß macht. Ja. Ja, das ist echt von Katrin Kuchen, das ist echt echt eng. Ach, du musst doch bestimmt irgendwie hoch springen, oder? Ja, ich muss schnell durchfahren. Ach so, ja, 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 ja. Jetzt musst du da oben reinspringen, möglicherweise. Ach so. Hab ich schon gesehen. Was ist das denn jetzt? Was hab ich jetzt getan? Jetzt musst du da drauf springen. Bin ich dir sicher? Ach so, jetzt was. Das geht wahrscheinlich für mich. Ah, okay. Was ist denn jetzt? Keine Ahnung, was ist das? Hey, get down here, vacuum! Weißt du? Na wohl? Na wohl? Warum pisst mein Schnaufer jetzt? Was ist das? Ich kann mir nicht mehr rein. Hä? Piss dort oben rein, oder? Oh ja, schießt, ja. Oh nein! Oh nein! Nein, 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 nein! Ja. Ah, ich denke, wir können... Ich bin jetzt mal... Ja, da ist da. Ich glaube, wir müssen wirklich die Murmeln dann wieder reinhauen. Ist das doch nicht los? Nee, oder so? Ja, keine Ahnung. Vielleicht musst du auch drüber rein. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, das Ding geht runter. Boah, das Ding geht runter. Oh, jetzt. Das hole ich hab mich. Jetzt? Ach, du kommst jetzt gleich noch weiter, wenn du da drauf springst. Ach jo! Loll! Mit EF einfach! Ok, war's jetzt Bosskampf? Ja, das ist ja nur mit dem Bosskampf. Und du? Nein, warte! Ich kann dich trotzdem fixieren! Ich kann dich wieder arbeiten! Nein, nein, nein! Sie ist richtig! Sie ist ein Ingenieur! Ein wirklich guter Mann! Du bist, du bist sehr gut! Hey, Matthew! Willst du das wirklich glauben? Weil ich nicht! Nein, nicht auf ihn! Wenn ich wieder zurückkehren, kann ich dir. Oh, ist das so? Dann warum hast du das Turbo X 2000 gekauft? Hey! Was? Du hast mich mit dem Turbo X 2000 verletzt! Ein Franchi-Machhube, der kann nicht so gut sein! Ich will euch zeigen, wer ist das beste, Sucker! Das ist eindeutig, nicht du! Alter! Ja, aber es ist ein Kinderspiel! Natürlich! What? What? Das ist der beste Sucker! Hey, mach nicht Auge! Mach nicht den! Alter! Warum durfte er explodierende Spähdosen? Wie macht man den kaputt? So! Aua! Äh, was ist denn hier? Wir müssen es irgendwie irgendwie... Was ist jetzt bezahlen? Au! Ha! I don't see your fire blood! Au! Hä? Ja, ich bin ganz sicher hier. Ich glaube, wir müssen nicht los und den zurückkehren. Ja, ja! Aber warum geht das, wenn du... Ach so, das Ding färbt, sowieso bloß ein. Ah, warte! Ah! 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 Wir müssen beide zielen oder was? Ja, ja! Ich muss unten zielen und ich muss oben zielen. Hä? Ja! 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 Das werden wir ein, weil... Ah! 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 Ja! Ich bin jetzt mal... Nein! Was passiert hier? Was? You're back again? Ja, ich zieh euch! Ich war früher, ich wurde getötet von dem Höhen. Ich muss doch mit den Zweiten streiten, das ist ja. Alter! Okay, warte, warte! Alter, warte! Wie, wie, wie kann denn das dumm? Ich warte! Ich warte! Ich warte! Ich warte! Alter! Schau, hier ein, los! Äh, S! Ah, Mann! Ich hatte was gemacht! Äh, das fährt ja dauernd wieder ein! Eintötet? Das fliegt einhaltigvis schnell! Ich bin schon zwei-, dreimal gestorben! Jetzt! Drauf! Nein! Äh! Du solltest auch etwas zu knappes Kinoöffnungen ändern, glaube ich. Äh, äh, ändern, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, wie man... Äh! Ja, gut, ne? Äh! Reizlauf! Nein! Was? Nein! Geh! Ich habe... steck' das! Los, Sau! Ja! Warte, wir moeten... Nee, warte mal. Hier sind beide hier, dass wir erstmal die Dosen hervor They're going, da müssen die Dosen hervor beherren! So, und jetzt, ich muss los, gehen auf deinen Kosten! die die ja wir haben getroffen Alter eskalieren wir nicht so Alter eskalieren wir nicht so echt schwerer als Dark Souls das ist ja platt vorne hier Boah ich bin ja noch mit Fireblank gekickt oh 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 Wadafuck natürlich vertreibt halt gar nicht gar nicht übertrieben what das war mutterwein jetzt das ist verboten what ich sehe nichts oh 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 na äh ja gut ah Aua ah was so oh 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 ulu oh 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 Ich schießt Ich schießt Ich habe noch ein Tricks Move, ich werde ein Blum Ich will nicht dieses Junkie Oh Ja eskaliere halt direkt Wir haben ihm schon Hälfte würde ich sagen Oh nein Und jetzt geht der los Lass dich ihn wieder einsaugen Oh nein Oh nein Das ist egal Okay Ach, den reicht Nein, ich zähle Was zum Dieser Hust ist so Aber jetzt kannst du nicht Schöne Hinsaugen Schöne Hinsaugen Ich glaube der kriegt sowieso nicht mehr Damage Brauchst du sowieso noch etwas treffen dann Oh nein Schöne Hinsaugen Alter 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 Jetzt müssen wir das Mal. Oh! Ich hab da nichts. Das ist sogar jetzt so. Was kann ich nicht in der Staubsauger? Das ist einfach hier von Teleth habe ich es, dieser Viecher. Das ist kinderfreundlich. Feingang hat eigentlich ein Staubsauger vor dem Auge. Ja du musst nie spannen, ne? Mach ich doch! Schneller! Alles! Alles! Okay, warte kurz, ich höre mir schnell was zu trinken. Was ist weg? Was ist weg? Ich habe hier seit Jahren gelehrt. Plus, alles sieht anders aus. Ja, es ist wie eine... ...twistete Version der Realität. ... 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 unbedingt natürlich mein besten keller sieht auch nicht aus jetzt so ein dritt du machst es noch mal Das ist ja hier wie ein Uncharted-Spiel, oder? Uncharted. Was du das eigentlich? Lan rocket Ahora Talbot and left you mean may till box yes yes heartless woman do you know her well No, he doesn't anyway, I heard that heartless woman got a new job in town and doesn't have time for our hobbies anymore Who cares about hobbies? Do you know how painful it is to die from rust? It's like burning alive Look hammer some rust remove the spray in that tool cabinet Wir haben einen Deal mit einem Hammerkopf. Diese Hammerkopf muss nicht etwas schwer sein. Eine Menge Kokain. Ich habe jetzt einen Nagel gedrückt.